Wir sind die Männer, die oft im Fernsehen, ja darauf kommt es heute an. Denn unsere Namen, die enden alle mit einem Wort und das heißt Mann. Sie kennen mich, aus was bin ich und noch so mancher Schau. Ich bin, wenn man es wörtlich nimmt, für sie der Mann vom Bau. Jetzt hatten sie mir einen Gruß, der Mann von Männern spricht. Ich bin Fratsch Kaufmann von Berlin, der von Venedig nimmt. Wir sind die Männer, die oft im Fernsehen, ja darauf kommt es heute an. Denn unsere Namen, die enden alle mit einem Wort und das heißt Mann. Ich ritt, nicht nur man stecken wird, wie es so heute braucht. Ich ritt, als Ritze, die zimmern auf anderen Herden auf. Ich pack jetzt eine Stunde aus und jeder sieht's daran, dass man hier alles wörtlich nimmt. Wir sind die Männer, die oft im Fernsehen, ja darauf kommt es heute an. Denn unsere Namen, die enden alle mit einem Wort und das heißt Mann. Und die in einem Wort für einen Brett zu versuchen. Ich packe schnell eines Wortes. Ich versuche sie zu ehrlich, sie muss zu schlecht lamen. Ich versuche sie zu 80. Das 1, 2.